Ahoi Leute und herzlich willkommen zur Review von Black Clover Folge 4 und ich muss direkt von Anfang an sagen, diese Folge war einfach um Dimensionen besser als die dritte Folge. Diese Folge war genau das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber schnacken wir gar nicht groß, sondern fangen direkt an. Ja, Asta und Juno kommen nun endlich in der großen Stadt an und sehen auch direkt, dass sie in ihrem Dorf nicht viel von der Welt gesehen haben. Sie sehen, dass die Preise unnormal hoch sind, die es in den verschiedenen Läden gibt und sie sehen, dass es die verschiedensten Ahnen von Essen, Waffen und anderen Materialien überhaupt so gibt. Generell muss man an dieser Stelle auch erwähnen, dass wir eine Menge Charaktere in dieser Folge vorgestellt bekommen. Sogar einige kriegen wir gezeigt, die eigentlich erst später wirklich relevant werden, in Anführungsstrichen, aber da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Worum soll es denn eigentlich in dieser Folge gehen? Nun, Juno und Asta wollen in einen Magier-Ritter-Orden eintreten und dafür müssen sie eine gewisse Prüfung ablegen und das ist dann auch das ganze Szenario, was sich hier abspielt. Die beiden müssen sich dort anmelden und die beiden müssen einige Prüfungen ablegen. Und bevor es da überhaupt hingeht, wie gesagt, geht es zur Anmeldung und da sehen wir schon den ersten Charakter, der wohl ein bisschen wichtiger werden wird, den wir später auch noch vorgestellt bekommen. Schon bei der Anmeldung wird eben klar, dass die Leute Juno wieder, ja, schon bejubeln fast, weil er ein vierblättriges Klebelad hat und bei Asta zeigt sich, ja, dass die Leute sich fragen, ist das überhaupt ein Grimoire, was du da hast oder was ist das dreckige Ding? Aber, naja, dazu sehen wir später wahrscheinlich auch noch mehr. Interessant wird es dann schon im Ring selbst, wo die ganzen Prüflinge sich dann versammeln. Da sind nämlich die sogenannten Antivögel. Das sind Vögel, die extra auf Personen zugehen, die wenig Magie im Körper haben und, ja, wie sollte es auch anders sein, Leute, oder? Wie sollte es anders sein? Natürlich kommt ein ganzer Berg von diesen Vögeln auf Asta zu, wohingegen einfach bei Juno kein einziger dieser Vögel zu finden ist. Und behaltet dabei auch mal ein bisschen im Blick, dass alle diese Vögel eigentlich gleich aussehen, bis auf einer, ja? Der wird vielleicht noch später, naja, wichtig will ich nicht unbedingt sagen, aber der wird uns vielleicht noch ein bisschen begleiten. Nichtsdestotrotz trifft Asta dann auf eine Person, ja, die er erst so gar nicht wirklich ernst nehmen kann, ja? Und diese Person zeigt sich dann natürlich später als Yummy, wir kriegen ihn später noch vorgestellt. Und der zerquetscht dann schon fast Astas Kopf, weil Asta ihm einfach im Weg steht und ihn angerempelt hat und ihn noch wie so einen alten Mann betitelt. Und, ja, am geilsten war auch einfach der Spruch, wo er sagt, ja, wie bin ich hier hingekommen? Ich habe mich verlaufen, nachdem ich Kacken war. Ja, da musste ich natürlich direkt lachen und habe mir gedacht, das Leute, das ist genau der Black Clover Humor, der mir so viel Spaß an dieser Serie im Manga macht. Und genau zur gleichen Zeit kriegen wir dann auch noch zwei andere Leute vorgestellt, nämlich Finral und Gordon. Ja, wir kriegen die schon so ein bisschen gezeigt und man kann sich schon auch anhand des Openings denken, dass die Charaktere uns wahrscheinlich ein bisschen länger in dieser Serie begleiten werden. Ja, wir sehen schon, Finral ist so ein richtiger Weiberaufreißer. Ich habe mir seine Haare irgendwie einen kleinen Ticken Blonder vorgestellt im Anime, aber ist überhaupt nicht schlimm. Und Gordon, ja, der sieht schon ein bisschen creepy aus, muss man schon sagen. Und wir bekommen später noch gezeigt, wo die eigentlich genau hingehören. Auch stellt sich dann der Charakter mit dem Namen Zecke, ja, so wird er wirklich ausgesprochen, vor. Und sein Charakter ist wirklich schon von Anfang an, kann man sich denken, dass das eigentlich so ein richtig schmieriger Typ ist. Vor allem seine Art, wie er immer am Ende noch so lacht, das ist wirklich so, boah. Aber es passt einfach zu seinem Charakter, muss man an dieser Stelle auf jeden Fall sagen. Der macht sich natürlich am Anfang cool mit Asta, weil er schon irgendwie merkt, hey, der hat nicht so sonderlich viel drauf. Und dann geht es auch schon los, die Ordensanführer zeigen sich und wir kriegen wirklich alle Schritt für Schritt vorgestellt. Und der erste, den wir vorgestellt bekommen, ist Nozel, ja, und Nozel ist, ja, seine Frisur spricht für sich, oder? Nur um nochmal, nur um schon mal einen kleinen Fakt zu sagen, ja, der wird auch nie irgendwie im Manga großartig gezeigt, sondern in einer Fanpost wurde das beantwortet, seine Frisur, sein Haar, was er vorne hat, das lässt er sich jeden Morgen von einem seiner Leute machen. Denn wir kriegen es auch später noch in der Folge gesagt, Nozel gehört zur königlichen Familie. Dazu kommt noch, dass er der Anführer des Ordens ist mit dem Namen der Silberne Adler. Der nächste, den wir vorgestellt bekommen, ist Fuego Leon Vermillion, oder War Million, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte. Und der ist natürlich auch ein Ordensanführer vom Crimson Lion, den wir später in den nächsten Arks auch noch vorgestellt bekommen werden. Der gute Herr, den ihr hier seht, ja, der hat tatsächlich den Namen Jack the Ripper bekommen. Er ist der Anführer der grünen Gottesanbeterin, das passt auch irgendwie zu ihm, wir werden später auch noch mehr dazu erfahren, zu seiner Fähigkeit. Die passt wirklich eins zu eins zum Namen seines Ordens. Und wir gehen direkt weiter und kriegen dann Charlotte Rose live vorgestellt. Und sie ist wirklich ein Charakter, eine Ordensanführerin von der Blauen Rose, ja, so heißt ihr Orden. Sie ist ein Charakter, wo ich mir wirklich gedacht habe, dass sie im Anime jünger aussieht. Ich finde, sie wurde im Anime irgendwie recht alt aussehend gelassen, ohne das jetzt irgendwie komisch zu meinen, ja. Sie sieht nämlich irgendwie im Manga meiner Meinung nach jünger aus. Manga-Leser von euch können mir da gerne mal was in die Kommentare schreiben, ja. Ich fand auf jeden Fall, dass da ein kleiner Unterschied besteht. Nichtsdestotrotz ist ihr Design natürlich super und sie ist auch ein sehr interessanter Charakter, der im Laufe der Story noch ein bisschen mehr Fokus bekommen wird. Generell, ihr Charakter, ja, ist noch ganz lustig, aber dazu sehen wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen mehr. Dann gibt es noch den sehr, sehr creepy Aussehenden, bei dem ich wirklich bis heute nicht weiß, wie man den Namen richtig ausspricht. Ja, auf Japanisch heißt er Gerudoru, ja, Gerudel, Gerudel, das klingt echt komisch. Ja, der ist der Orden-Anführer des Lila Orcas. Im Anschluss kriegen wir noch die immer schlafende und sogar im Schlaf laufende Dorothy gezeigt, die die Anführerin vom korallenfarbenen Pfau ist. Ja, so heißt es, glaube ich, übersetzt auf Deutsch. Ich habe das Ganze jetzt nur auf Englisch gesehen. Dann sehen wir noch den jüngsten der Orden-Sleiter. Das ist Lil Boa Malti und der ist der Anführer des Azuren-Rentiers, ja. Wie gesagt, der ist der jüngste, der ist gerade mal 19 Jahre alt, was wirklich verdammt jung ist. Aber von dem sehen wir auch erst wirklich sehr, sehr spät. Wenn wir das überhaupt im Anime sehen, in dieser Season, dann würde mich das schon wundern. Da sehen wir erst viel, viel später, was ihn eigentlich ausmacht. Aber auch ein sehr, sehr interessanter Charakter, wie ich finde. Und letzten Endes kriegen wir dann natürlich William Vengeance vorgestellt. Und der ist natürlich jetzt direkt so eine Art Mysterium, will ich schon fast sagen, mit seinem komischen Hut, die Kopfbedeckung, die er da auf hat. Er ist der Ordensanführer des Goldenen oder der Goldenen Morgendämmerung oder Armdämmerung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau auf Deutsch heißt. Er ist auf jeden Fall wirklich ein sehr interessanter Charakter, um den sich viele Mysterien ranken, gerade zu Beginn noch. Und es wird klar gemacht, direkt von Asta und auch Juno, dass das derjenige ist, der dem König der Magier am nächsten ist. Und das ist auch so, dadurch können wir schließen, dass er wohl der Stärkste der Ordensritter ist. Und ja, der leitet an diesem Tag auch diese ganze Prüfung. Klar, wir kriegen auch noch Yami gezeigt, der der Anführer vom schwarzen Stier ist. Und ja, wir können uns schon denken, dass der schwarze Stier wahrscheinlich noch deutlich wichtiger wird im Laufe der Story. Aber da werden wir natürlich auch, ich weiß, das habe ich so oft schon gesagt, Leute, es tut mir auch leid, aber da werden wir auch in den nächsten Folgen noch mehr zu bekommen. Ja, worum geht es eigentlich dann in der Prüfung? In der Prüfung sollen die Prüflinge mehrere kleine Übungen machen, kleinere Sachen zeigen. Da sind dann Sachen bei, wie zum Beispiel mit dem Besen fliegen, ja, irgendwie Erschaffungsmagie ganz kleine. Eben die Basics, könnte man schon sagen. Die sollen hier gezeigt werden, damit die Ordensanführer sich am Ende die Leute aussuchen können, die sie in ihren Orden aufnehmen. Und da gibt es natürlich diejenigen, die super talentiert sind, die da super hinkriegen und sofort mit dem Besen fliegen können und auch die anderen Sachen sofort schaffen, wie zum Beispiel Juno. Und dann gibt es da natürlich die Leute wie Asta, die einfach nichts auf die Reihe kriegen, die wirklich nichts, null. Asta kriegt nichts hin, aber das überrascht uns natürlich nicht, Leute. Wir haben das die ganze Zeit schon gewusst, weil Asta ja einfach absolut keine Magie in seinem Körper hat. Ja, und so gibt es dann auch wirklich wenig Hoffnung für Asta, aber Asta ist natürlich derjenige, der nicht wirklich aufgeben will. Und in der Zwischenzeit sehen wir dann noch eine sehr, sehr interessante Szene, wie ich finde. Wir sehen nämlich, wie einer der Ordensanführer, nämlich Nosel Silver, wie, oder Silver, Entschuldigung, wie er runtergeht zu einem Mädchen, die ihn später auch mit Bruder anredet. Daher können wir natürlich schon erinnern, dass es die Schwester von Nosel ist. Und ja, wie wir auch schon im Opening sehen, wird sie wichtiger. Und ich, ja, das soll jetzt kein großer Spoiler sein. Ihr Name ist Noelle und sie, ja, sie ist da auch wohl offensichtlich in das Ganze involviert, nämlich in die königliche Familie, weil Nosel ja eben auch aus der königlichen Familie, kommt. Und wir sehen, dass er nicht gerade gut auf seine Schwester zu sprechen ist. Auch hierzu, Leute, wieder später mehr. Wir haben hier so viel angeteast bekommen in dieser Folge, das muss ich auch nochmal sagen. Ja, das tut mir leid, dass ich das immer so sagen muss, aber da ist so viel, was wir einfach immer wieder angeteast bekommen haben. Ja, was soll es an dieser Stelle? Auf jeden Fall lustig, dass es hier schon herangebracht wurde. Und ich muss sagen, dass die Synchronsprecherin von Noelle wirklich on top ist. Sie hat das Ganze wirklich gut eingefangen, diese Unsicherheit von Noelle. Das wird auf jeden Fall noch richtig gut. Da bin ich wirklich froh, dass sie eine gute Sprecherin bekommen hat. Wie gesagt, geht die Prüfung da noch weiter mit den verschiedenen Übungen. Und ganz am Ende kommt dann Fuego Leon und sagt selbst in voller Inbrunst, ja, ihr müsst uns jetzt noch was zeigen. Ihr müsst uns zeigen, dass ihr auch im Kampf erprobt seid. Denn das ist das, was wir Magier machen. Wir beschützen das Volk. Wir müssen kämpfen. Wir müssen in der Lage sein, zu kämpfen. Deswegen zeigt uns, dass ihr in der Lage seid, zu kämpfen, euch zu verteidigen und auch anzugreifen. Und da haben wir natürlich schon deutlich mehr Hoffnung und denken uns, okay, da kann Asta vielleicht doch noch irgendetwas machen. Und Asta ist auch derjenige, der als allererstes an den Start muss und kämpfen muss. Aber er muss natürlich jemanden finden, der mit ihm kämpft. Und da es darum geht, dass die Magier ihre Fähigkeiten zeigen sollen in diesen Kämpfen, will natürlich keiner mit Asta kämpfen. Außer einer. Und das ist Zecke. Weil er sich denkt, okay, Asta ist so schwach, da zeige ich mal ordentlich, was ich kann. Ja, meine Fähigkeit kann ich da präsentieren in ihrer vollen Schönheit. Und Asta kann da eh nichts gegen machen. Aber, wie wir sehen, verzockt er sich da. Er macht darauf auch noch Asta ein bisschen runter, indem er ihm sagt, dass jemand aus dem Pöbel wie er, dass er an diesem Ort doch überhaupt nicht sein sollte. Und dass er einfach das Ganze über sich jetzt ergehen lassen soll. Und, ja, das zeigt eigentlich seinen wahren Charakter auch. Dann sehen wir natürlich, was Unvermeidbar war. Asta zieht sein Schwert und haut ihn einfach One-Hit, Leute. Er haut ihn One-Hit einfach weg. Mit einem Schlag, natürlich, weil sein Schwert Anti-Magie ist und er damit einfach den kompletten Schutzzauber aufheben kann, haut er ihn mit einem Schlag nieder. Und, Leute, das ist auch der Cliffhanger am Ende dieser Folge. Um das nur noch mal zu sagen, ich glaube es, es kann sein, dass ich mich vertue, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ich habe den Manga zwar hier drei Meter entfernt von mir liegen, im Regal beziehungsweise stehen, aber ich habe jetzt nicht reingeguckt. Und ich glaube aber, dass hier wieder ein Manga-Kapitel in zwei Folgen aufgeteilt wird. Ist aber gar nicht schlimm, weil das irgendwie trotzdem alles hier mit dem Pacing klappt. Alles, wie gesagt, viel besser als in Folge 3. Tja, und das war es, wie gesagt, mit dieser Folge. Die Aussicht, ich habe mir die Preview schon angeguckt für die nächste Folge. Es wird keine Filler-Folge. Gott sei Dank, das wäre es jetzt auch gewesen. Generell aber war diese Folge wirklich deutlich besser. Hundertmal besser als die letzte Folge. Meiner Meinung nach bis jetzt die beste Folge, die wir hatten. Und es wurden auch kleine Andeutungen gemacht, wo wir sehen, dass die Macher, die Produzenten, selbst gecheckt haben, was sie da eigentlich fabrizieren. Nämlich im Sinne von Astas Rumgeschrei. Das wurde zweimal angesprochen hier. Und einmal sagt Asta das Ganze sogar selbst, dass er sagt, ey, ich habe die ganze Zeit eigentlich nichts anderes gemacht, außer blöd rumzuschreien. Und es wird Zeit, dass ich jetzt mal hier ernst mache und das Ganze mal ernst nehme. Und Asta, da sprichst du uns tatsächlich aus der Seele. Aber ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich finde, dass das Geschrei von Asta mir gar nicht mehr so sehr auf die Nerven geht wie vorher. Mag daran liegen, dass wir jetzt schon einen Monat Black Clover verfolgen und dass man sich so langsam daran gewöhnt hat. Kann das sein? Bei mir ist es zumindest so. Ich finde auf jeden Fall, es ist nicht mehr so nervig. Aber Leute, die Aussicht, die wir hier bekommen haben, klar, wie gesagt, viele Charaktere vorgestellt bekommen, bei denen wir noch viel mehr erfahren werden, hoffe ich zumindest in dieser Season. Und das wird wirklich Spaß machen. Das ist eine schöne Aussicht. Vor allem die nächsten Folgen, ja, da werden wir auch noch einige neue Charaktere gezeigt bekommen. Das ist wirklich jetzt aber auch so die Anfangsphase, muss man sagen. Also schaltet da nicht irgendwie ab oder so. Es ist einfach so, dass wir viele Charaktere gezeigt bekommen. Viele uns dann auch später in diesem Abenteuer begleiten. Und das wird wirklich noch eine lange Reise bei Black Clover. Wie gesagt, der Manga ist ja auch noch ongoing. Ihr könnt mir aber gerne jetzt eure Meinung zur Folge in den Kommentaren dalassen. Und falls euch das Video gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben dalassen. Falls ihr mehr Black Clover Reviews sehen wollt, dürft ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Und schaut auf Twitter und auf Instagram vorbei, um immer auf dem Laufenden zu sein, wenn ich irgendein neues Video hochlade. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Folge von Black Clover wieder. Und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag und sage Ciao und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.